Hast du schon gedacht, ich hab's vergessen, was? Hast du dein Liedchen gelernt? Das möchte ich mal bitte hören. Danke für meine Arbeit, Stella. Hast du toll gemacht? Was ist denn das? Ja, kannst du mir mal erklären, was jetzt hier ist? Was wird denn mit dem Mikrofon hier veranstaltet? Das ist die B-Schaft 1, du hast 1, das ist ja, ich hab ja keinen Sinn hier. Das ist ne Panne. Das ist ne Panne. Ich möchte einmal in meinem Leben was machen, wo ich nicht ne Panne ist. Das geht immer auf die Pumpe. Dann kriegst du mir so blöd ein, das macht irgendwann Pumpe, dann bin ich weg. Dann platzt mir die Halsschau und Aura. Mann, 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 Mann. Mann. Hallo. Schau in das Licht, Carol Ann. Bitte? Schau in das Licht, Carol Ann. Was für ein Licht? Was soll denn das denn? Schau in das verdammte Licht, Carol Ann. Aber nicht in dem Ton. Ich bin wirklich jemand, mit mir kann man Spaß haben. Ich bin für jeden schabernackt zu haben. Aber der Ton macht die Motive. Was ist das? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin das Böse. Ich bin böse. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Mann, ich schreif mir gleich ins Hemd. Und, äh, wie lange sind Sie schon böse? Tausend Jahre. Tausend Jahre. Mann, oh Mann, oh Mann. Hat das Böse gerade gelacht? Kann es sein? Kann es sein? Ja. Na, da muss das Böse mal aufpassen, dass das keinen Stress bekommt. Stell mal vor, das macht die Runde. Hör schon, wie die Leute tuscheln. Hm? Hast du gehört? Das Böse hat mir lacht. Na, kann der Böse seinen Job verlieren? Denn liebt der Böse bald von Hart 4. Ich kann, wenn ich will, auch richtig bügeln werden. Ich kann, wenn ich will. Wenn ich will, wenn ich nicht will, will ich ane. Wenn ich will, kann ich richtig bügeln werden. Abgrundstiefbüde. Bitterbüde. Bitter, 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 büde. Manchmal bin ich so büde. Da gehe ich einfach mit Socken ins Bett. Ich robbedvolle. Danke. 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 rer...